Du bist der Nick. Hättest du den Nick gewesen? Nein, ist okay. Ich nehme sonst... Alle aus der Drochelle sind eigentlich easy. Du nimmst Drochelle. Sorry, guys. Let's go. Ich habe ihn noch ein bisschen nachgelesen, also so Left4Dead. Und sie hatten am Anfang Story-Elemente drinnen. Also so Cutscenes und so, wo halt die einzelnen Teile, die wir spielen, so zusammen tun würden. Aber Playtester haben gesagt, dass es wie sie gestört hat. Und sie einfach die Zombies haben wollen abmetzeln. Nachher haben sie es wieder rausgenommen. Voll gut. Und meistens sind es halt so... Also beim einen haben wir am Schluss ja so eine Heli reinnehmen müssen. Und nachher sind wir wieder im Swamp gewesen und der Helikopter-Pilot wäre halt wohl nicht... auswärts am Zombie-Wort und wir werden abgeschützt. Ich werde nicht weg. Ja. Ich werde jetzt den Gas und zurückkommen. Na ja, signalen Sie mir, wenn Sie jetzt den Gas und zurückkommen. Wir glauben, dass wir diesen Mann zurückkommen müssen? Er ist gut, Zipu. Verrückend. Du bist die erste drei Leute in der Welt, die ich nie vertraut habe. Scheiße, ich werde mich nicht selbst vertraut. Ich weiß nicht, Nick. Ich lerne, dass ich dich vertraut. Was weiß ich? In diesem Fall... Ich denke, dass du deinen Verständnis in diesem Fall vertraut hast. Schau mal hier. Der Mann steht direkt über die Straße. Ich glaube, er ist sicher ein Weapons. Ja, ja. Nein, nicht mehr. Hey, ich habe einen ersten Tag, Kidd, wenn jemand den braucht. Das ist das ein Spiel wird. Jungen Mann wollenальном Ich wollte mal ein paar Worte, für die Rückträne. Wenn du in zwei Anni, oder? Was muss ich noch mehr? Das wird noch mehr Verte, oder? Oder man muss auch elf Lernen. Ja, ja. Wenn du in einer Rundfunk Ich nehme die Rundfunk. Ich nehme die Rundfunk. Wenn wir da noch einmal entfernen, Let's not mess this up by shooting each other, okay? Oh, das ist gut alles. Das ist noch nichts. Oh, Handysmatch. Für mich ist einfach nur Handysmatch. Ja, ey. Gehen wir doch los. Jetzt gehen wir mal weiter, da hat das Wurfelstuff gehabt. Jetzt ist die Frage, wo du da bist. Diesel, da hat es einen Pfeil. Geh mal an den Pfeil nachher. Ui, da ist eine Hexe. Ja! Jetzt bist du zuerst. Ja, ich zuerst. Jetzt ist er sicher nicht alert hier. Jetzt ist er sicher nicht alert hier. Reloaden. Oh, Xena! Wollen wir da hinterher durch? Wollen wir durch? Wollen wir durch? Wollen wir durch? Kein Plan. Hey, watch out for landmarks. Maybe come at three years later. Oh, die Leiter, ey. Oh, oh. Kommt sie da hoch? Oh, no. Danke. Okay. Shoot her! Natürlich! She's dead. Wow, ich komme mir so recht nicht hoch. Was ist ein Catch Jump? Hehehe. Bist du da? Ja, Alter. Ich muss wirklich da nochmal laufen. Smoker! Zapp, Bro! Also jetzt, als ich das Video geschaut habe, fällt mir viel mehr auf, wie sie so anders gemacht haben mit der Animation. Ah, Playground. Ich dachte, wenn ich anzuschüsse, dann sterben sie die anderen. Ah, nein. Heads up! Schon nice, schon nice. Er hat eben auch von gleich gemacht. Das hat ja mal gesagt zwischen GTA und... Anderhand, Cyberpunk. Nein. Nein. Nein, ich bin mit einem Stab. Ja, ich sehe einen Hunter. Oh, das. Das Viech. Ich glaube, wie der Fache hat, dass ich da bis zu 40 ist. Ich habe mir das bombastig. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene aus dem Video erinnern kannst, wo du ein Interview und die einen trackst, ob es Modding Support wird geben und der andere so. Nein, ich glaube, die hätten einfach auch gewusst, was sie gekackt haben. Wir müssen doch Benzin holen oder so, habe ich gemeint. Das habe ich auch gehört. Das sind viele. Garage Sale. Gehen wir mal da hinten, was können wir da hinten? Ja. Das hat sicher Wettkitz oder so. Ich bin schon Diggi. Das ist okay. Garage Sale. Die Leute sind einfach gesund. Ich weiss, wenn ich klein war, habe ich auch so einen Stand gemacht. Mit so einem Tuch, mit so einem Stuff von Leuten verkauft. Ich habe das auch gemacht. Ich habe keine Ammo mehr. Oh, bitte. Irgendwann muss ich mal die Ammo holen. Ja. Shit. Man, jetzt müssen wir eine neue Waffe nehmen. Ah, das stimmt. Ich habe nur noch einen Scharfschützergewehr gefahren. Ja, ja. Wisst ihr das? Oh nein! Tank! Warte, ich muss hoch. Oh, da hinten ist er. Ja, ja. Lock top! Wo스텀en zu Hälfte. Bei mir für Hilfe! Ich in Ehren versuche mir, ohh, haha. Wenn eine der Leute traut mich, verstehe ich umゲ 190. Ist der soci. Ich hab's gegessen! Will someone help me? Coach! Come on, man. Oh, I need some help. Ich muss uns mit dir jetzt prüfen! Wie wird's mit dir jetzt? Ihr wird bald rescuert! Okay! Ja, wahrscheinlich kannst du mich irgendwann wieder holen! Ich habe noch mal eine Sex-Munition. Ich habe noch mal eine Sex-Munition. Sonst nehme ich die Arsch-Schütze gewehrt. Das hat es voll gehabt. Ich kann noch Pipe-Pumpen. 15 Schuss. Was? Ich habe noch mal 15 Schuss. Okay, dann ist das vielleicht... Ah, hier sind die Weapons. Ah, ja. Wunderbar. Ähm, geht es so durch? Oh, da bist du ja. Hey! Hast du mich jetzt genau saven? Du bist ja tot gewesen. Ja. Ich habe Redix-Hit. Ich kann mich nicht mehr auf dem Gameplay probieren. Was ist das? Was ist das? Ich habe noch mal 4 Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt-Watt. Also die Hände sind ja Dings, die wir vorher gesehen haben. Wenn ich noch mal zurück will. Ja, wenn ich noch mal zurück will. Ja, wenn ich noch zurück will. Der Trainer hat mir Pils. Kommt der Trainer. Hast du alle mitgekommen? Wohl. Überlebe ich. Ich meine, ich kann noch mal. Hier ist noch eine Pipe-Bomb. Nein! 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 Ich bin bereit. Wir können weiter. Ich mache das gleich. Äh, wo geht's denn? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Es hat immer viel bis jetzt. Ja, ich gebe mal wieder raus und noch. Ja! 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 Wir gehen mal in die Safe-House etwas weiter, oder? Ja, das ist gut. Du kannst ein paar Einten schicken. Ist das gewesen? Let's go. Ah, ich sehe sie nein. Oh, Coach, ich bin Carrier. Ich sterbe immer so schnell beim tanken, deshalb habe ich einfach für den Witchville schade gemacht. Nein, dort habe ich auch am meisten gemacht. Fuck. Kommt nicht einmal. Tadaa. Oh shit. Kommt nicht einmal.